Hypothyreose ist eine Erkrankung, bei der die Schilddrüse im Nacken nicht genügend Hormone produziert. Das kann den Stoffwechsel verlangsamen und zu Gewichtszunahme, Kälteempfindlichkeit und Haarausfall führen. Heute erfährst du von den fünf besten Vitaminen, um Hypothyreose zu behandeln. Nummer 1 – Selen Selen ist entscheidend für die Schilddrüsenfunktion und hilft, Entzündungen zu reduzieren. Ein Mangel an Selen kann die Schilddrüse beeinträchtigen. Nummer 2 – Gallensalze Gallensalze unterstützen die Verdauung und können die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen verbessern, die für die Schilddrüsenfunktion wichtig sind. Nummer 3 – Vitamin C komplex Vitamin C ist ein starkes Antioxidant, das den Körper bei der Bekämpfung von Entzündungen und der Reparatur der Schilddrüse unterstützt. Nummer 4 – Jod und Zink Jod und Zink sind essentielle Mineralien für die Schilddrüse. Jodmangel kann zu einer Vergrößerung der Schilddrüse führen, während Zink für die Hormonproduktion wichtig ist. Nummer 5 – Vitamin D3 Vitamin D ist entscheidend für das Immunsystem und kann helfen, Autoimmunreaktionen zu reduzieren, die die Schilddrüse angreifen. Welche dieser Vitamine sind bereits Teil deiner Ernährung? Teile deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren mit uns. Vergiss nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres informatives Video zu verpassen. Bleib gesund und schütze deine Schilddrüse.